Guten Morgen, Freunde. Willkommen zu Dirt Masters. Wir fangen den Tag erstmal an mit einer Scheibe, die wir einschlagen. Let's go! Nimm eine andere Scheibe. Leute, kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Erstmal da oben brechen. Scheiße! Oh, Junge! Lauer, Bebe! Moin, Leute. Wir sind in Winterberg. Jetzt gibt es ein Kurs-Proview von der Downhill-Strecke hier beim IXS Downhill Cup. Viel Spaß! 2023. Let's go, Alter! Let's go! So, eine Kurs-Preview mit Transmann vorne dran. Ja, du auch. Let's go! IXS Downhill Cup. Boah, ich verpasse schon direkt das Pedalieren hier. Es geht auf sämtliche Off-Campber-Kurven und was weiß ich. Hier der ist mal reingehackt, Junge. Dann geht's hier eklig runter. Franzmann hat da eine komische Linie. Hier irgendwie oben halten. Hier über den Stopf. Hier nach innen. Hier. Schon alles verrutscht. Weiter geht's. Hier geht's ganz eklig. So eine komische Schlipper-Kurve. Und aufs Scheinfeld. Und rein in den Wald. Hier fahre ich dran vorbei. Das ist hier ein kleines Gap. Die Kurve hier ist super eklig. Jetzt hier irgendwie. Rüber pushen. So, Ziel-Sprung. Das neue hier. Nice one. Das ist die Strecke dieses Jahr. Ziemlich geil. Drei Sekunden? Vier Sekunden? Let's go. Ja, schauen wir mal, was das wird am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Kommt an. Untertitelung des ZDF, 2020